Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP oder Ripple-Chart-Analyse-Update. Ja, es hat sich ein bisschen was getan im Chart, trotzdem, wir sind immer noch seitwärts unterwegs. Es gibt neue News, die wir auf jeden Fall besprechen werden und natürlich werfen wir wie jeden Blick mal einen Blick auf den Chart, wie könnte es nächste Woche weitergehen. Aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, damit habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Ich gehe hier ein bisschen euphorischer ran, denn es gibt möglicherweise ein bisschen positivere News. Es war ja so, um jetzt mal ein bisschen so auf die Newslage einzugehen, diese Woche ist ja World Economic Forum. Auch dort hat sich Garlinghouse, also Brad Garlinghouse, mal ein bisschen positiver geäußert. Und zwar, wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass es 2023 endlich ein Urteil gibt. Allerdings kann man nicht wirklich kontrollieren, wenn ein Richter ein Urteil fällt. Aber ich bin optimistisch, dass wir innerhalb einer einstelligen Anzahl an Monaten Klarheit haben. Das klingt auf jeden Fall positiv für die nächsten neun Monate. Einstellig ist es nicht wirklich Mitte des Jahres. Kann auch natürlich sich bis Oktober ziehen oder September irgendwie rum. Aber es klingt auf jeden Fall ein bisschen besser. Das Verhalten der SEC ist für mich als Bürger teilweise echt peinlich. Ich glaube, da geben wir allen wirklich recht, dass es wirklich einfach unnötig ist, dass man so in die Länge zieht. Und sonstiges ist einfach nur noch für mich hier ein bisschen rauszögern, in der Hoffnung, dass man vielleicht doch irgendwie das Urteil, sage ich mal, doch noch ein bisschen anheizen kann. Nicht einmal haben sie mir gesagt, dass sie XRP als Wertpapier einstufen. Und später hieß es dann, dass sie XRP schon die ganze Zeit als Wertpapier sehen. Es uns aber nicht gesagt haben. Das fühlt sich nicht wie eine ehrliche Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Behördenseite an. Ja, das hat natürlich dann auch Auswirkungen ein bisschen auf den Kurs gehabt. Wir sehen hier einen einigermaßen großen Anstieg. Trotzdem haben wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Im Gesamtmarktumfeld hat sich deutlich mehr getan als bei XRP. Wir sehen zwar hier einen schönen Anstieg von den 0,34 US-Dollar-Cent bis hoch auf die 0,40 US-Dollar-Cent, aber an sich hat sich an der Seitwärtsphase, die wir seit Monaten oder seit, ein bisschen optimistischer, sagen wir mal seit Juni, nichts getan. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, weil darauf kommt es meines Erachtens nach weiterhin an. Und da sehen wir eigentlich ganz schön, was ich meine. Wir haben es nicht geschafft, einerseits diesen WIC bei 0,42 US-Dollar-Cent rauszunehmen. Wir haben es aber auch nicht geschafft, diese Range bei 0,40 US-Dollar-Cent rauszunehmen. Wir haben hier wieder nur WICs gesehen. Das wollen wir nicht sehen. Da gehen wir jede Woche darauf ein. Wir brauchen einen impulsiven Move da drüber und einen schönen Close da drüber. Und immer wenn es ernst wird, XRP hat hier deutlich mehr Volumen reinbekommen. Das sehen wir hier ganz schön im Gegensatz zu dem darauffolgenden Downtrend, wo das Volumen deutlich abnehmend war. Aber sobald wir hier oben waren, wurden wir wieder abverkauft. Also der Kurs wird hier meines Erachtens nach immer wieder nach unten hin gedrückt. Und entweder aufgrund Panikmache oder weil der Boden wirklich noch nicht erreicht ist. Wir haben ja die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen. Der Downtrend wurde jetzt endlich mal gebrochen. Es kam ein Abtrend auch in Stande oder Zustande mit steigendem Volumen. Und das war es jetzt schon wieder. Trotzdem müssen wir auch ehrlicherweise sagen, die Kryptomärkte an sich waren jetzt die letzten ein, zwei Wochen deutlich, deutlich positiver. Wir haben eine kleine Rally gesehen. Nachhaltigkeit wage ich immer noch ein bisschen an zu bezweifeln, dass es wirklich nachhaltig ist. Einfach unter dem Aspekt an sich, an der gesamtmarktwirtschaftlichen Lage hat sich nichts geändert. Wir haben immer noch zu wenig Arbeitslose. Wir haben den S&P und Dow Jones und so, der da auch noch mit in die Karten spielt, der momentan wieder ein bisschen für Downside spricht. Und das würde auch für XRP bedeuten, wir holen uns nochmal diese WIX maximal bis 0,42 und kriegen dann so eine Art Doppeltop einfach wieder rein und gelangen hier wahrscheinlich wieder in den Bereich der 0,34 US-Dollar-Send. Auf dem Daily-Timeframe zumindest. Wir schauen uns die kleineren Timeframes auch nochmal dazu an, nehmen dazu den Traders-Reality-Indikator, schauen uns mal, ob wir hier Vektor-Candles haben. Auf dem 4-Stunden-Chart hätten wir eben auch bei 0,34 hier unten so einen kleinen Vektor. Aber um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, gehen wir natürlich auch in den 1-Stunden-Timeframe. Und da sieht man, das wird ein bisschen deutlich besser. Wo haben wir hier Vektor-Candles? Hier haben wir keine und dann passt auch hier unten diese 0,34 eben ganz gut überein. Wir ziehen eine blaue Linie mal in diesen Bereich rein, machen den Indikator wieder aus, weil wir jetzt ja die ganzen Vektoren irgendwie ein bisschen gecheckt haben. Und dann nehmen wir uns das FIP-Level zu Hilfe einfach noch. Wir hatten ja diesen WIX hier auf 0,30, bei manchen Börsen 0,28. Danach gehe ich jetzt hier aber nicht. Das ist der Binance-Chart für mich. Binance-Chart deutlich, deutlich akkurater als jetzt irgendwelche kleinen Mini-Drecksbörsen oder sowas. Wir ziehen uns das FIP-Level und da sehen wir auch, die 0,34 US-Dollar-Cent passen hier perfekt überein. Das heißt, wir haben einen Vektor bei 0,34, wir haben das Golden Pocket hierbei auch noch liegen. Und wir haben eine größere Support-Zone aufgrund hier unten dieser, sag ich mal, Akkumulation, die wir unten auch immer haben. Also das heißt, für mich sollte jetzt hier eine Korrektur eintreffen mit einem höheren Hoch. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz auf dem 4-Stunden-Chart einerseits das Volumen an, was wir hier oben gebildet haben. Da sehen wir auch klar, wir haben steigendes Volumen, wir haben aber auch steigendes Abverkaufsvolumen. Einerseits diesen WIX, der wurde dann mit der roten Kerze abgeholt und die war sehr, sehr hoch. Heißt für mich, hier auch schon mal der Plan, mindestens bis 0,41 würde ich schon nochmal gehen hier oben. Maximal bis 0,42, klar, das Golden Pocket würde sich dann ein bisschen verschieben. Ziehen wir das mal einfach so als Beispiel hier hoch. Dann würde das Golden Pocket, also das 0,65 genau an unserer Ineffizienz bzw. an unserem Vektor liegen. Also das heißt, die Chance, dass wir jetzt hier einen Breakout in Richtung 1 Dollar sehen, wage ich jetzt absolut zu bezweifeln. Kann sich alles noch über das Jahr ziehen, aber wir sind in dieser riesigen Seitwärtsphase. Es gibt immer wieder Chancen zu akkumulieren. Sollte das dieses Jahr positiv ausfallen, rechne ich auf jeden Fall mit deutlich steigernden Kursen. Davon gehen wir natürlich alle aus. Aber man sollte diese Chance nutzen in dieser riesigen Akkumulationsphase, um möglicherweise hier Positionen für längerfristig zu halten. Trotzdem, wir haben auch schon mal vor zwei Wochen drüber gesprochen, die 0,23 US-Dollar-Cents sind nicht durch. Sollten wir bei Krypto nochmal, also bei Bitcoin Crash Richtung 10.000, 12.000 US-Dollar sehen, dann wäre das die Zone. Da würde ich dann nochmal ein bisschen nachkaufen. Dazwischen einfach no Trade Zone und no Buy Zone für mich. Aber kurzfristig 0,40, 0,41 im Blick behalten für den potenziellen Short. Dann runter in Richtung 0,34, Vektor, Ineffizienz, alles mögliche abholen. Und dann warten wir mal ab, ob sich das, was hier geschrieben wird mit 2023, auch wirklich positiv auf XRP und Ripple auswirken wird. Gut, das war es mein freitaglicher Mist zu XRP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Teilt das Video auch gerne, wo ihr Bock drauf habt. Und dann war es das von mir. Wir hören uns in der Telegram-Gruppe wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay Krypto.